Hallo zusammen! Dieses Video dreht sich um folgende Frage. Wie kann vorgegangen werden, wenn bewusst überfachliche Kompetenzen im Unterricht gefördert werden sollen? Angenommen eine fünfte Klasse soll im Hauptfach Deutsch unterrichtet werden. Es geht um den Kompetenzbereich Schreiben. Die Kinder haben Texte geschrieben. Nun geht es darum, dass die Kinder lernen, die Texte zu analysieren und deren Qualität einzuschätzen. Zur Unterstützung kann der Lehrplan hinzugezogen werden. Zunächst wird im Lehrplan die Kompetenz des entsprechenden Fachbereichs gesucht, welche gefördert werden soll. Im Lehrplan 21 ist folgendes zu finden. Im Fachbereich Sprachen findet man die Kompetenzen zum Hauptfach Deutsch. Unter diesen ist der Kompetenzbereich Schreiben zu finden. Im Kompetenzbereich Schreiben ist beim Themenaspekt Reflexion über den Schreibprozess und eigene Schreibprodukte folgende Kompetenz ersichtlich. Die Schülerinnen und Schüler können über ihren Schreibprozess und ihre Schreibprodukte nachdenken und deren Qualität einschätzen. Der Grundanspruch im zweiten Zyklus für diese Kompetenz lautet. Die Schülerinnen und Schüler können im Austausch mit anderen eine Distanz zum eigenen Text aufbauen und ihn mit Hilfe von Kriterien einschätzen, zum Beispiel in einer Schreibkonferenz. Die Schülerinnen und Schüler können beschreiben, was sie mit ihrem Text für eine Wirkung erzielen wollen, zum Beispiel Spannung, Überraschung, Ästhetik, Provokation und im Austausch einschätzen, ob sie diese Wirkung erreicht haben. Die Kompetenzen im Lehrplan beinhalten fachliche Lernziele und überfachliche Kompetenzen. Nun sollte überlegt werden, welche fachlichen Lernziele und welche überfachlichen Kompetenzen gefördert werden können. Wir befassen uns in diesem Video mit den überfachlichen Kompetenzen. Wie wird vorgegangen? Die einzelnen Auftragspunkte werden wörtlich und sehr genau untersucht und mit den verschiedenen überfachlichen Teilkompetenzen verglichen. Durch die detaillierte Analyse der einzelnen Aufträge werden rasch die möglichen überfachlichen Kompetenzen sichtbar. Die Schwerpunkte überfachlicher Kompetenzen des jeweiligen Fachbereichs werden bei der diese möglichst mit einbezogen. Die Schwerpunkte sind in jedem Fachbereich unter didaktische Hinweise zu finden. Im Fachbereich Deutsch sind die Schwerpunkte methodische Kompetenzen, Sprachfähigkeit, Problemlöseverhalten, Nutzen von Informationen, personale Kompetenzen, Selbstreflexion, soziale Kompetenzen, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt. Im ersten Auftragspunkt der Kompetenzen wird die Kommunikationsfähigkeit angesprochen, da die Kinder im Austausch mit anderen Kindern diese Aufgabe lösen sollen. Reflexionsfähigkeit kann gefördert werden, da die Kinder ihren eigenen Text einschätzen sollen. Da in einer Gruppe gearbeitet wird, wird auch die Kooperationsfähigkeit gesteigert. Nun zum zweiten Auftragspunkt. Die Kinder sollen einschätzen können, welche Wirkung ihr Text erzielt hat. Dazu ist Reflexionsfähigkeit nötig. Auch bei diesem Punkt soll im Austausch mit anderen also in einer Gruppe gearbeitet werden. Folglich wird wieder die Kooperations- und die Kommunikationsfähigkeit aufgebaut. Wenn im Austausch mit anderen die Wirkung des eigenen Textes eingeschätzt wird, müssen die Kinder Kritik annehmen und ihre eigene Position hinterfragen können. Somit wird hier auch die Konfliktfähigkeit gefördert. Zudem werden auch die fachlichen Lernziele konkreter. Die ermittelten überfachlichen Kompetenzen beziehen sich auf Fähigkeiten der personalen und der sozialen Teilkompetenz. Als nächster Schritt sollte nun eine passende Unterrichtsmethode gewählt werden. Oftmals wird eine mögliche Methode direkt im Lehrplan angegeben, zum Beispiel in einer Schreibkonferenz. Ist dies nicht der Fall, sollte man verschiedene mögliche Methoden in Betracht ziehen. Um sich ein Methodenrepertoire anzueignen, benötigt es praktische Erfahrung. Nach und nach zeigt sich, welche Methoden persönlich zusagen und auch erfolgsversprechend sind. Je nach Fach- und Kompetenzbereich macht auch die eine oder andere Methode mehr oder weniger Sinn. Um Ideen zu neuen Methoden zu bekommen, kann auf folgende Hilfsmittel zurückgegriffen werden. Sachliteratur über Unterrichtsmethoden gibt es einige. Zu empfehlen ist zum Beispiel Methoden für den Unterricht von Wolfgang Mattes. Auch im Internet sind viele Ideen für Methoden zu finden. Auf den Internetseiten der Universitäten Oldenburg und Köln gibt es umfangreiche und detailliert beschriebene Sammlungen von Unterrichtsmethoden. Die Seiten sind in der Beschreibung verlinkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die überfachlichen Kompetenzen zu bewerten. Mehr dazu im nächsten Video. Viel Spass beim Unterrichten!